Musik Fotografieren tue ich eigentlich schon seit vielen Jahren und das sehr, sehr gerne. Und ich dachte so, da ist natürlich sehr naheliegend, dass ich halt auch einfach selber fotografiere für mein Booklet. Ja, deswegen dachte ich mir, suche ich einfach zu jedem Song ein passendes Motiv und versuche das einfach so gut wie es geht umzusetzen. Ich hatte halt tatsächlich in Irland einen Moment in der Rückreise, wo ich auf die Fähre warten musste. Da war ich halt auch am Meer und irgendwie das würde ich halt jetzt gerne irgendwie versuchen umzusetzen. Halt mit Samuel, dass jetzt Samuel sozusagen Tim ist und ich mit diesem Foto versuche nachzustellen, was damals so in mir vorging. Musik Meer, wen kenne ich denn am Meer? Dann ist mir sofort angefangen, ja klar, der Samuel Antes, der in Emden wohnt, auch ein guter, befreundeter Musiker ist. Und ja, also dachte ich mir, komm, reisen wir mal zusammen ans Meer, zu Samuel, zu Sammy. Genau, also das ist halt die alte Kamera von meinem Vater, die hat er in den 80er Jahren gekauft. Das Besondere ist halt, die wurde gekauft, paar Tage bevor mein Opa starb, aber mein großer Bruder geboren ist. Also diese Kamera hat noch gerade so dokumentiert sozusagen die letzten Tage meines Opas, aber auch die ersten Tage meines großen Bruders. Und deswegen ist halt dementsprechend voll was Besonderes mit dieser Kamera jetzt halt eben diese Bilder zu machen für mein Booklet. So, weil sie halt auch so eine richtige Familiengeschichte einfach hinter sich hat. Musik 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 Vielen Dank.